Bei der Methode Gruppenpuzzle gehen anfangs alle in ihre Stammgruppen und teilen ein, wer in welche Expertengruppe geht. In den Expertengruppen setzen sich alle Mitglieder mit einem Schwerpunktthema auseinander, wozu sie dann anschließend etwas zu Papier bringen. Um etwas zu verschriftlichen, ist yopat.eu sehr schön geeignet. Dahinter verbirgt sich ein Etherpad. Dieses bietet eine gemeinsame Möglichkeit, Texte zu schreiben. Das Schöne ist hier, dass sich die Schülerinnen und Schüler nicht anmelden müssen und yopat werbefrei ist. Insofern ist das auch vom Datenschutz unproblematisch. Als Lehrer habe ich also im Vorfeld die Aufgabe, gute und ähnlich umfangreiche Materialien für alle Gruppen herauszusuchen. Dann kann ich zum Anfang den Gruppen direkt die Adresse yopat.eu geben. Die Gruppe kann dann beispielsweise ein yopat zum Erzähler anlegen, weil sie sich mit dem Thema Erzähltheorie im Fach Deutsch auseinandersetzen. Die Schülerinnen und Schüler können nun zunächst sehen, was man beim yopat machen kann. Sie können aber auch den Text löschen und direkt anfangen, ihren Text anhand der Informationen zu verfassen. Ich kopiere nun meinen vorbereiteten Text hinein. Hierbei geht es um die Unterscheidung zwischen Ich-Erzähler und Er-Sie-Erzähler. Wenn ich möchte, kann ich die Verfasserfarben löschen. Dann ist der Text für unsere Erklärung ein wenig übersichtlicher. Wie man die Farben nur verbirgt, zeige ich später im Menü. Sie sind sehr hilfreich, wenn mehrere Beteiligte Texte eingeben. Beispielsweise könnte eine Teilgruppe die wichtigsten Fakten zum Ich-Erzähler zusammentragen und die andere die wichtigsten Fakten zum Er-Sie-Erzähler. Wenn die Schülerinnen und Schüler den Text verfasst haben, können sie den Text layouten. Beispielsweise können sie die Überschrift verdrucken. Sie können die Zwischenüberschriften unterstreichen und die Vorbemerkung kursiv setzen. Sie können in der Arbeitsphase auch Teile des Textes durchstreichen. Sie können auch die Unterpunkte als nummerierte Liste gestalten. In diesem Fall sind die Punkte aber gleichwertige Spiegelpunkte. Sie können Textteile einrücken oder ausrücken, Aktionen rückgängig machen oder wiederholen. Sie können die Autorenfarben wie gesehen löschen. Sie können auf erweiterte Layout-Optionen zurückgreifen. Und beispielsweise Überschriften gezielt unterscheiden. Außerdem können sie auf die Kommentarfunktion zurückgreifen. Das ist für die Zusammenarbeit besonders wichtig, wenn man nicht am gleichen Ort ist. Aber auch um sich Dinge zu merken. Also kann ich hier an dieser Stelle die Überschrift markieren. Auch eine alternative Formulierung kann ich dann vorschlagen. Dann kann ich auch im Kommentar direkt sehen, wer kommentiert hat. Entsprechend könnte man auch antworten. Die Anmeldung für die Kommentarfunktion funktioniert hier oben. Wichtig kann es sein, vorher zu vereinbaren, dass sich alle mit ihrem richtigen Namen anmelden. Wenn die Gruppe soweit fertig ist, hat sie noch verschiedene weitere Optionen. Sie kann ein Etherpad importieren oder auch exportieren. Auch als Textdatei, Word-Dokument, PDF oder OpenOffice. Die Gruppe kann sich den Verlauf der Entstehung anschauen. Das kann sehr hilfreich sein, um die Veränderungen nachzuvollziehen. Die Gruppe kann aber auch eine bestimmte Version mit dem Stern speichern. Dazu können bestimmte Einstellungen vorgenommen werden, dass die Unterhaltung oder die Autorenfarbe zu sehen ist. Aber auch die Zeilennummern können ausgeblendet werden. Schließlich gibt es die wichtigste Funktion hier oben rechts. Da kann ich das Yo-Pad teilen. Dafür muss ich überlegen, ob ich den Zugriff einschränke und nur den Lesemodus erlaube. Dann würde ein anderer Link erzeugt. In diesem Falle kann ich aber auch mit der gesamten Gruppe vereinbaren, dass bei der Vorstellung in den Stammgruppen nur kommentiert, aber nichts im Text verändert wird. Dann kann ich diesen Link hier weitergeben. Damit können alle Stammgruppen auf das Yo-Pad in der Vorstellung zugreifen. Ich kann auch die Methode variieren und nach der Vorstellung in den Stammgruppen die Expertengruppen erneut zusammenbringen, damit diese mit den gesammelten Kommentaren weiterarbeiten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017